gegen den strom scheiße jungs sorry 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 das wollte ich natürlich nicht besser so so das sah doch schon besser aus ja das möchte ich gerne sehen um den kümmere ich mich die ebenfalls hier null mal in den granaten modus 7 und hier ist der scharfschutz in einem bauern 6 2 kommen hier weil von da kann er nicht erreichen vielleicht haben wir noch eine bessere position beispielsweise hier gebiets befriedigung ist abgeschlossen oder sicher sieben okay man natürlich eine ganz gute position die haben uns alle habe ich mich gerade erschrocken scheiße ich habe nur dieses rollen gehört plötzlich die tür und da stehen mir drei droidikas im weg okay wir brechen auf fixer du kommst mal hier rüber denn soweit ich das gesehen habe ist ein droidenträger so trifft er mich gut gute arbeit jungs ich hätte hier gerne ein loch ecken und ich mache den rest so mehr kann ich gerade nicht tun fixer ist tut mir sehr leid ja bekommst du sehr gut fixer moment den enden holen wir uns auch noch und du bleibst liegen mal verdammt ich glaube es einfach nicht was ich weiß nicht mehr wie viele abschüsse ich habe sieben du bist egal aber ich habe auch nicht mehr mit gezählt muss ich ehrlich gesagt sagen also da verliert man schnell den überblick bei so vielen feinden die wir dezimieren endlich mal wieder panorien so tür geht zu und problem gelöst so kann es natürlich auch machen bei 40 und ich einen bakter tank ganz gut vertragen würden gute antizipation war das in dem fall so mal sehen kriegt noch mal so eine hin guter bogen jetzt wobei neben war nicht ganz so geil diese jungen kille 4 0 du kriegst gleich heilung halte aus fixer moment jungs erst mal fixer jetzt halt ich doch selber ein bisschen eigenverantwortlichkeit kann man ja wohl erwarten im delta team bevor wir diesen wuki einen besuch abstatten sollten uns vielleicht erst mal wirklich heilen durch die tür können wir auch gehen aber ich würde mal sagen wir sollten erst mal in erfahrung bringen was der wuki und sagen will was bitte vielen dank wenn wir durch die tür da hinten gegangen werden waren wahrscheinlich direkt in die feinde reingelaufen und hier können sie vielleicht ein wenig flankieren danke großer guter tipp auch was sie gar hatte war recht wirkungslos in die position sorry wuki das wollte ich nicht ja ja ok ohne ladung scheiße oder verbrauchen zu edeka ich ziehe mich zurück auch wenn ich mich selber geblitzt habe ich will nur dass der wuki überlebt und dafür werden ein paar thermal diktron vielleicht angebracht wir hauen jetzt alles raus ja super der wuki ist da und dem konnten wir nicht mehr helfen aber der ist auch so offensiv da reingegangen ist der down sehr gut schade schade und so nicht gewarnt da wollte ich mich revanchieren aber tja es hat nicht sein sollen wie es aussieht ich will mich selbst noch mal hangern heilen natürlich bevor wir den nächsten wuki hangar betreten so rum kurz nochmal den dc 17 blaster nachladen formation einnehmen und vorwärts ok da wären auch bagda tanks gewesen ich hätte es mir vorstellen können und da sehe ich doch wieder einen toten wuki also was die separatisten ja hier für ein blutbad angerichtet haben wir schon krass finde ich so die ältesten der ton am start sind unsere brüder auch am start sieht gut aus ok dann sichern wir den hangar oder auch nicht kämpfen können diese haarigen biester nicht schlecht was grieber ist es ist general grieber ist und erscheint nicht allein zu sein ich habe das signal verloren verdammt nicht informieren wir können im moment nichts unternehmen konzentrieren sie sich auf ihr primärziel was scheiße drei magna wachen das ist wirklich unschön und wer schießt da mit dem wuki lenkraketenwerfer auf diesen wuki im duell das ist nicht gerade wo paketen nach unesco richtlinien wo er keine chance gegen drei magna wachen müssen sie ablenken ja soviel dazu wo 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 habe ich die chance gegen drei magna wachen scheiße damit habe ich mich er selber geblitzt wort was geht ab mit diesen typen geht da hinten ist eine daun sehr gut da habe ich ein erwischt ansatzweise da ist er zu schnell weg kann ich nicht erwischen so nein die sind zu fliegen den habe ich erwischt man diese ständigen salto sind schon nervig so zwei magna wachen haben wir noch die konzentration deltas wir müssen ganz rauf und das schiff springen ja zunächst mal müssen wir hier wir haben es geschafft die magna wachen sind ausgeschaltet krass äußerst krass drei magna wachen aber wir hatten auch ganz gute möglichkeiten hier und zu verteilen über abbrechen tut mir leid ich habe euch wohl keine mehr übrig gelassen ich dachte sie würden nie fragen nach 6 2 ja ja das sind schon heftige gefechte so da heilt er sich ja und diese magna wachen sind auf so weitem raum echt schwer zu treffen aber sie machen jetzt auch nicht so viel schaden finde ich also halten natürlich extrem viel aus und sind definitiv unangenehme gegner aber wir haben sie noch einigermaßen handeln können ich bin ja glücklich dass generologie selbst hier nicht einfach mal reingekommen ist in den hangar und sich mit uns zuelliert hat denn dann wer weiß wie das ganze ausgegangen wäre der hat glaube ich noch mal einiges mehr auf dem kasten als seine leibwächter aber die magna wachen sind vernichtet und wir können weiter vorrücken finden und sichern sie den aufzug so ein magazin reicht perfekt für die jungs die aufbrechen los und wir brechen mal die tür auf so türe aufbruch manöver starten aufpassen wir sind drin delta ok zwei hookies wir können ganz gut mit den jungs umgehen versuchen wir es mit sprengstoff dater scheiße ok den habe ich was den sollte ich haben versuchen wir die wookies überleben zu lassen möglichst so noch leben die wookies scheiße kommt ich habe mich geopfert bitte haben die wookies wenigstens überlebt das wird unangebracht was du jetzt hier sagst halte ich bitte einer danke da waren es dann noch etwas zu viele so umdrehen feuer öffnen so hier seht ihr den charge schützen mit dem dc 17 blaster ei 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 scheiße ich nehme keine gute deckung vor den dingern eins ist down die wookies haben anscheinend nicht überlebt schon krass was was geht denn hier ab so jungs jetzt ist schluss mit lustig maul so bei mir formieren heilen und jetzt treten wir diesen typen in den arsch zu viele unschuldige wookies sind hier gefallen die separatisten haben ein wahres blutbad angewichtet und langsam ist es wirklich an der zeit hier zurückzuschlagen ok vorwärts brüder holen wir uns diese bastarde so das war es mit dir moment wait for it so haben wir noch irgendwas an granitchen nö ok dann direkte konfrontation oder so das ist unsere deckung gewesen so huiuiui was geht denn hier ab so dann vorwärts jungs bringen wir diese sache zu ende auf in den aufzug der letzte schlag gute arbeit deltas die abwehrsysteme der wookies sind online jetzt ist der kreuzer der separatisten fällig in den oberen ebnen der vier buchten sind woki dual raketengeschütze stationiert nur mit der vereinten feuerkraft aller vier geschütze haben wir eine chance diesen moloch zu vernichten ok dann rein mit ihnen deltas äh warum bewegen wir uns nicht der knopf sieben oh verzeihung sir ok und aufwärts ja und das war diese mission suchen und zerstören haben wir erfolgreich gemacht und das waren wirklich erbitterte konfrontationen die wir da mit den feinden hatten war eine richtig richtig geile mission war aber auch gut schwer also wir hatten auch einige knifflige situationen zu überstehen insgesamt haben wir es aber relativ souverän geschafft und dann beim nächsten mal wird es den letzten schlag geben die letzte mission in diesem spiel wo wir ein für alle mal die schlacht um kashik für uns hoffentlich entscheiden aber dafür werden wir auch noch denke ich mal ja einige harte kämpfe auszufechten haben aber dafür wurde das delta team ausgebildet und in diesem sinne wünsche ich noch einen wunderschönen tag haut rein und ciao 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 Das war's.